Hallo ihr Lieben, es ist Christian Schmeier, Pater-Portionscoach und so weiter und so fort. Mein Buch ist online, das ist das Exemplar von der Lesung. Es gibt auch noch ein paar Tickets für die eine oder andere Lesung, 18.10. bin ich in der Schweiz, vielleicht habe ich es noch nicht alle mitgekriegt, Orel Füssli in St. Gallen, habe ich alles verlinkt auf meiner Lesungsseite, auf meiner Homepage, www.liebesche.de, wo du noch meine Kurse findest und kannst auch noch einsteigen, aktuell in die Mani-Challenge, Selbstliebe-Challenge und Drama-Challenge ist, glaube ich, gerade gestartet, genau, also viele coole Kurse. Ja, heute eine ganz knackige Frage, was ja, wenn ihr irgendwie Gewühle hört im Hintergrund, ist unser 10 Meter großer Hund irgendwie irgendwas zerwühlt gerade, ja. Hallo Christian, ich bin langer, treuer, bindungsängstlicher Zuseher deines Kanals. Ich melde mich mit einer Frage, auf der ich bei dir noch keine Antwort gefunden habe. Wie kann das sein? 2000 Videos. Ich war fast drei Jahre in meine beste Freundin verliebt, also einen Mann, ja, und habe sie seit einem Jahr nicht gesehen. Ich habe ihr das nie gesagt, da sie nach einem halben Jahr einen Freund hatte. Nun holen mich wiederholt Träume ein, denen ich es ihr erzähle und diese Träume erleichtern mich sehr. Ich habe zum Schluss den Kontakt mehr oder weniger ohne ein Wort zu sagen abgebrochen, da ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe schon Liebeskummer, Bänder trennen und so weiter gemacht. Meine Frage, ich würde ihr gerne eine kurze WhatsApp schreiben, um mein Gewissen zu erleichtern. Würdest du was machen? Danke vorab und viele Grüße aus Kyrgyzstan. Ja, also hier haben wir eigentlich zwei, Juli, Juli, geht es denn noch? Ey, das ist kein Loch, was man graben kann auf dem Sofa, ey. Oh Mann, ey. Nicht nochmal, der Hund, ey. Ja, also, es gibt ja eigentlich zwei Stränge, die ich mal sagen würde. Wir haben einmal den Strang, ja, du hast dich, es gibt dann auch so ein Unfinish-Business, sag ich mal, dass sich nicht jemand verknallt, dass ihr das nie gesagt und fühlt sich damit schlecht irgendwie. Und das andere, was du sagst, bindungsängstlich. Wir wissen ja von bindungsängstlichen Menschen, dass sie sich gerne fantasieren über nicht verfügbare Partner. Also da so Vollgas geben und in dieser Fantasiewelt bleiben. Ach, was hätte da passieren können? Das wird auch nochmal gesteigert durch deinen Traum hier. Ja, ich kenne sowas, dass es, wenn man gerade in so einem, wie sag ich mal sagen, kann man das sagen, weiß ich nicht, aber schon, wie ich es meine, in so einem bisschen liebessüchtigen Modus ist, dann kommen gerne diese Träume, irgendwo, ach, jetzt sag ich es ihr und jetzt wird alles gut. Und was häufig auch so Reminiscenzen manchmal sein können. Ich kenne mich ja jetzt nicht an Kindheitssachen oder Kindheitsfantasien oder was in der Kindheit hätte gut werden sollen. Also inneres Kind so ein bisschen mäßig. Und ja, also man kann jetzt ein bisschen auf den einen Strang gehen, und daraus entstehen dann unterschiedliche Verhaltensempfehlungen. Also wenn du jetzt mehr darauf fokussierst, ach Gott, das ist sehr, ich bin bildungsängstlich, das ist wieder so eine nicht verfügbare Fantasiewelt, in der ich mich hereinsteige, dann würde man eher sagen, ja komm, lass es irgendwie, ja, bringt eh nichts weiter. Auch so dieses Nachdenken darüber kappen. Aber wenn man jetzt mehr fokussiert auf, ähm, was ich eben sagte, unfinished business, also, äh, eine offene Gestalt, wie man in der Gestalttherapie sagen würde, etwas, was nicht abgeschlossen ist, ähm, und wo das Gefühl hast, das muss einfach abgeschlossen werden. Bevor ich damit abschließen kann, äh, könnte man auch drauf kommen, äh, ihr diese WhatsApp zu schreiben, tatsächlich so, ne? Ähm, was heißt denn WhatsApp, ihr, ihr zu schreiben? Ich würde jetzt, glaube ich, nicht per WhatsApp schreiben. Ich würde, glaube ich, sagen, Mensch, ich würde gerne noch mal was mit dir besprechen. Wann können wir uns mal treffen? Und, ähm, aber das Ziel wäre dann nur, das abzuschließen. Das Ziel wäre dann nicht, dass ihr dann sagt, ach, ich bin auch nicht verliebt und lass uns daten, weil das wird, kann ich jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, aber, sagen wir mal ehrlich, so, zu, äh, 95 Prozent wird das, oder auch 98 Prozent wird das, äh, nicht passieren, so, ne? Aber vielleicht, ähm, kannst du dann für dich abschließen und sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht, das, äh, tut mir einfach nicht gut, aber das habe ich sie auch noch mal gesagt. Vielleicht denkt sie sonst, es gibt irgendwie andere Gründe. Das ist immer so eine, ähm, heikle Sache. Das wird auch in, ähm, SLAA, Sex and Love for Dicts Anonymous, nicht, dass das jetzt unbedingt was hiermit zu tun hat, aber, ähm, gibt es da den Schritt, ähm, acht, glaube ich, äh, wo es darum geht, ähm, ja, Sachen noch mal, sich noch mal zu entschuldigen bei den Leuten, den man, äh, irgendwie übel mitgespielt hat. Jetzt nicht, dass das hier so der Fall wäre, aber, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das da auch diskutiert wird, ähm, ist das bei, ähm, Liebessüchtigen, sollte das natürlich nicht mit Kontakt aufnehmen einhergehen, ähm, vor allem zu Leuten, zu denen man liebessüchtig war, der mir ja trotzdem auch was, ähm, auch das Gefühl hat, da ist irgendwas, was ich wirklich mich gerade noch für entschuldigen würde, ähm, aber da wird eher gesagt, das Risiko ist zu groß, äh, dass man da sich wieder verfängt irgendwie, und das macht man lieber so für sich sozusagen, ne. Ähm, wie gesagt, das sage ich jetzt nur, wie, wie kompliziert dieser Punkt ist, in Kontakt gehen oder nicht in Kontakt gehen, aber, könnte mir irgendwie vorstellen, so Brauchgefühl-mäßig, dass es dir vielleicht hier vielleicht so einen Abschluss bringen könnte, aber ich würde es da nicht über WhatsApp machen, so, ne. Ja, was denkt ihr dazu in diesem Sinne? Ähm, hoffe, ich komme bald auch mal wieder live, aber es ist gerade einfach, ich bin wirklich nur unterwegs gerade, bin komplett ausgebombt, zeitmäßig, würde gerne mal wieder live gehen auf YouTube, aber ich, ähm, weiß auch, ich bin ja echt nur im Auto und echt krass gerade, sollte vielleicht lieber einen Reise-Vlog machen oder so. Ja, in diesem Sinne, ähm, sehen wir uns bald wieder, ciao.